Hallo, herzlich willkommen, ich bin Annika, schön, dass du da bist. Heute steht der Rücken im Fokus. Wenn du viel sitzt, vielleicht manchmal Rückenschmerzen hast, dann ist dieses Workout hier genau für dich. Wir werden den Rücken mobilisieren, dehnen, kräftigen und das in 15 Minuten, sodass du es einfach mal zwischendurch machen kannst. Viel Spaß! Wir beginnen auf dem Rücken liegend. Leg dich entspannt hin, lass deine Arme neben dem Körper liegen. Stell deine Füße ungefähr mattenbreit auf und nimm hier ein paar tiefe Atemzüge. Lass den Kopf entspannt am Boden liegen. Mit der nächsten Einatmung lass beide Beine langsam zur Seite sinken. Atme aus, zieh den Bauchnabel nach innen und stell die Beine langsam wieder auf. Atme ein, lass die Beine zur anderen Seite sinken Atme aus, stell sie langsam wieder auf. Atme ein, lass sie wieder zur Seite sinken. Atme aus, zieh den Bauchnabel nach innen und stell die Füße wieder auf. Atme ein, lass die Knie noch einmal sinken und atme aus, stell die Beine langsam wieder auf. Zieh die Knie jetzt Richtung Brust, umfasse sie mit deinen Händen und lass die Oberschenkel ganz entspannt voneinander wegkreisen. Lass das Gewicht der Beine in den Händen liegen. Atme ruhig dabei. Wechsel dann die Richtung, kreise die Beine in die andere Richtung. Der Oberschenkel rührt ganz entspannt im Hüftgelenk. Dein Rücken und dein Kopf liegen entspannt am Boden. Stell die Füße dann wieder ab, sodass du deine Fersen gerade so mit den Fingerspitzen berühren kannst und leg deine Arme gestreckt hinter deinem Kopf ab. Beim Ausatmen kippe das Becken und rolle Wirbel für Wirbel mit dem Becken nach oben, leg dabei die Arme neben dem Körper ab. Atme dort oben ein, atme aus, rolle wieder Wirbel für Wirbel nach unten auf den Boden und bring die Arme wieder über den Kopf. Atme hier ein und atme aus, rolle wieder Wirbel für Wirbel nach oben. Lass die Arme dabei nach vorne kreisen. Atme dort ein und aus, rolle langsam Wirbel für Wirbel wieder zur Matte zurück. Leg die Arme wieder hinter dem Kopf ab. Atme dort ein, atme aus, rolle wieder nach oben, atme oben ein Atme aus, rolle langsam wieder zur Matte zurück. Arme hinter dem Kopf. Eine letzte Runde, atme ein. Atme aus, drück die Fußsohlen in den Boden, heb das Becken und halte es hier. Verschränke deine Finger hinter dem Rücken, bring deine Schulterblätter langsam näher zusammen, drück deine Fußsohlen Richtung Boden, halte deinen Blick nach oben ausgerichtet und unser Ziel ist jetzt nicht, das Becken möglichst hoch zu heben, sondern den Brustkorb nach vorne, nach oben zu öffnen. Drück deine Arme Richtung Boden, öffne dich nach oben. Atme ruhig und tief. Dehne die Vorderseite vom Körper. Löse die Hände wieder voneinander und lass das Becken langsam sinken. Streck die Arme nach oben aus und winkel sie an, sodass deine Ellbogen zur Seite zeigen und die Fingerspitzen nach oben. Winkel jetzt deine Beine an, sodass die Unterschenkel parallel zum Boden ausgerichtet sind. Beim Einatmen lass die Beine langsam und kontrolliert zur Seite sinken. Atme aus, zieh den Bauch nach innen und komm zurück in die Ausgangsposition. Atme ein, sinke zur anderen Seite, drück dabei die Arme Richtung Boden, atme aus, komm in die Mitte zurück. Atme ein, sinke zur Seite. Atme aus, richte die Beine langsam wieder auf. Atme ein, sinke zur anderen Seite. Atme aus, zieh Schambeine und Rippenbögen zueinander und richte die Beine wieder auf. Eine letzte Runde. Atme ein, sinke zur Seite. Atme aus, komm kontrolliert in die Mitte zurück. Atme ein, sinke zur anderen Seite. Und atme aus, komm zurück in die Mitte. Greif dann mit deinen Händen in die Kniekehlen, hol etwas Schwung und komm nach oben zum Sitzen. Setz die Hände vor dir ab und komm dann langsam in eine Kindspose. Lass dafür deine Hüfte Richtung Fersen sinken und streck die Arme lang nach vorne über der Matte aus. Lass deine Stirn am Boden ruhen und lass dein Becken langsam Richtung Fersen sinken. Mit der nächsten Ausatmung roll dich Wirbel für Wirbel nach vorne in den Vierfüßlerstand. Lass dich langsam sinken, atme ein und richte den Brustkorb nach vorne oben auf. Atme aus, schieb dich langsam wieder zurück in die Kindspose. Atme dort ein und aus, roll dich wieder Wirbel für Wirbel nach vorne. Atme ein und lass das Becken langsam sinken, richte das Brustbein nach vorne auf, drück dich vom Boden weg. Atme aus, schieb dich langsam mit rundem Rücken zurück in die Kindspose. Atme aus, roll dich Wirbel für Wirbel nach vorne. Atme ein, lass das Becken sinken, streck dich nach oben, die Fußspitzen am Boden und schieb dich langsam wieder zurück. Wie eine Art Wellenbewegung nach vorne und wieder nach hinten. roll dich noch einmal Wirbel für Wirbel nach vorne, lass das Becken sinken, richte dich auf und bleibe hier für einen Moment. Der Po ist entspannt, dein unterer Rücken ist möglichst lang, die Schulterblätter sinken nach unten und dein Scheitel zieht nach oben. Deine Knie ruhen am Boden, atme ruhig und tief und lass dich dann langsam auf den Bauch sinken. Leg dich in eine gerade Linie, halte deinen Kopf leicht abgehoben, Blick nach unten gerichtet und hebe deine Arme angewinkelt über deinen Kopf, die Handflächen nach unten. Atme aus, zieh die Ellbogen Richtung Hüfte, die Schulterblätter sinken und atme ein, bring die Arme wieder über den Kopf. Atme aus, Ellbogen ziehen nach hinten, atme ein, bring die Arme wieder über den Kopf. Gehe in deinem Atemrhythmus weiter und halte deine Zehennägel und dein Schambein Richtung Boden gedrückt. Dein unterer Rücken bleibt möglichst lang und dein Scheitel zieht lang nach vorne. Blick nach unten gerichtet, atme ruhig und tief ein und aus. Bring die Arme noch einmal nach hinten, strecke sie und lass die Handflächen nach oben zeigen. Jetzt pumpe mit den Armen auf und ab und hab das Gefühl, du arbeitest gegen einen imaginären Widerstand. Deine Schulterblätter ziehen nach hinten, dein Scheitel zieht dich nach vorne, der Oberkörper ist leicht abgehoben, die Zehennägel drücken Richtung Boden und der Bauchnabel zieht nach innen. Pumpe langsam kontrolliert und gegen deinen Widerstand auf und ab. Atme ruhig und tief dabei, noch drei, zwei, eins und komm zur Ruhe. Halte den Oberkörper noch leicht abgehoben und hebe die Beine ab. Dein ganzer Körper ist aktiv, die Schulterblätter ziehen zueinander. Halte noch drei, zwei, eins und setz die Hände neben den Schultern ab. Sehr gut. Schieb dich langsam nach hinten in eine Kindspose, lass den Rücken kurz entspannen, leg die Stirn entspannt am Boden ab und komm dann in einen Vierfüßlerstand. Platziere die Handgelenke unter den Schultern, die Finger ausgebreitet am Boden, setz die Fußballen auf und heb die Knie ganz leicht vom Boden ab. Zieh den Bauchnabel nach innen, dein Steißbein zieht nach hinten und halte hier in dieser Position kurz. Die Knie ganz knapp über den Boden, atme ruhig, lass den Scheitel nach vorne ziehen, drück dich fest vom Boden weg und halte die Körpermitte aktiviert. Noch drei, zwei, eins und lauf dann langsam mit den Händen Richtung Füße. Lass die Beine leicht gebeugt, lass den Oberkörper nach unten hängen und umfasse mit deinen Händen deine Ellbogen. Wenn du möchtest, dann baumeln hier etwas hin und her. Entspanne deinen Kopf, deine Schultern, halte die Beine leicht gebeugt dabei. Und löse die Hände langsam von den Ellbogen. Mit der nächsten Einatmung richte den Oberkörper halb auf, fahr mit den Händen an den Schienbeinen entlang, atme aus, sinke wieder nach unten mit dem Oberkörper, atme ein, beuge die Beine und richte dich langsam auf zum Stehen. Bring die Arme nach oben über den Kopf, fasse deine Hände oben und strecke dich einmal lang durch. Dann dreh dich Richtung Bildschirm zu mir und mach deinen rechten Fuß und deinen linken Arm bereit. Wir tippen immer abwechselnd mit einem Fuß nach vorne und strecken den Gegenarm nach oben aus. Let's go! Jetzt halte Arm und Bein immer möglichst lang außen und wechsel so schnell wie möglich. Noch zwei Wiederholungen. Dann bring die Arme nach oben, winkel sie in einer Kaktushaltung an, atme ein, öffne dich nach vorne, Schulterblätter zueinander, atme aus, schließ die Arme vor dir, atme ein, öffne die Arme, atme aus, zieh sie vor dir zusammen. Zieh den Bauchnabel dabei nach innen, sodass du nicht ins Hohlkreuz fällst, öffne dich nach vorne und schließ die Unterarme vor dir. Noch eine Wiederholung. Dann streck die Arme nach oben aus und bring sie vor dich Handflächen zueinander. Atme aus, als würdest du einen Bogen spannen, zieh den rechten Arm nach hinten, atme ein, bring ihn nach vorne. Atme aus, linker Arm zieht zurück, atme ein, komm wieder zurück. Atme aus, zieh nach hinten, atme ein, komm wieder nach vorne. Atme aus, spann den Bogen nach hinten und komm wieder nach vorne. Halte deine Hüfte nach vorne ausgerichtet, dein Bauchnabel zieht nach innen und schraube dich von einer Seite zur anderen. Zieh durch den Ellbogen aktiv nach hinten. Noch eine Wiederholung und dann lass die Arme sinken. Stell die Füße jetzt etwas weiter als hüftbreit auseinander und streck dich von einer Seite zur anderen. Tipp immer dabei einen Fuß seitlich auf und mach die Flanke möglichst lang. Streck dich weit zur Seite. Beuge in der Mitte immer kurz die Beine und streck dich dann wieder lang aus. Noch einmal zu jeder Seite. Dann lass die Schulter nach hinten kreisen. Wenn du möchtest, beuge und strecke die Beine bei jedem Kreis. Nimm den Oberkörper mit. Kreise noch einmal. Dann stell dich aufrecht hin und lass den Kopf langsam nach links sinken. Lass den Kopf über vorne kreisen, zur anderen Seite und richte dich langsam wieder auf. Lass den Kopf nach rechts sinken, sinken nach vorne, runde den Rücken, lass den Kopf nach links kreisen und richte dich wieder auf. Lass den Kopf nach links sinken, nach vorne, nach rechts, richte dich auf. Eine letzte Runde. sinke nach rechts, nach vorne, nach links und richte dich auf. Atme ein, zieh die Schultern hoch zu den Ohren und atme aus, lass sie ganz langsam nach unten sinken. Hab das Gefühl, dein Scheitel zieht dabei nach oben. Dann stell deine Füße hüftbreit auf, deine Fußspitzen nach vorne ausgerichtet. Schließe deine Augen für einen Moment. Komm hier zur Ruhe und nimm deine ganze Aufmerksamkeit nach innen. Breite deine Fußsohlen am Boden aus. Richte dein Fußgewölbe auf. Deine Knie sind nach vorne ausgerichtet. Halte deine Körpermitte leicht aktiviert. Dein Becken ist aufgerichtet. Deine Schultern sind entspannt. Deine Arme und deine Finger sind entspannt. Richte deinen Scheitel nach oben auf. Hab das Gefühl, du wirst Richtung Decke gezogen. Entspanne deinen Kiefer und atme ruhig und tief ein und aus. Dann öffne langsam die Augen wieder. Atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Bring die Handflächen zusammen. Und atme aus, lass die Hände nach unten vors Herz sinken. Vielen Dank, dass du mit mir auf der Matte warst. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann würde ich mich mega freuen, wenn du das tust. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hab einen wunderbaren Tag. Tschüss. 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 Tschüss.